Okay, nächste Programmvorschau am Start. Tja, da war mal einer, der hat jetzt gekündigt bekommen und ist gesperrt worden. Er war dann mal ein Jobcenter. Darüber geht's, was er da erfahren oder gesehen hat. Aber nicht nur darum, sondern auch andere Sachen. Also, für die Sachen sehen wir uns doch gleich wieder auf VK, Pitchud, Odisee oder Rampel. Bis gleich, macht's gut, tschüss.